Also wunderbar finde ich, dass es in München stattfindet, das erleichtert mir die Anreise. Dann finde ich toll, dass es ein Publikumsfestival ist, wo wirklich Siniasten die Chance haben, Filme zu sehen, aber auch Regisseure, Filmschaffende, Schauspieler kennenzulernen. Dann finde ich toll, dass es ein ganz lockerer und legerer Szenetreff ist, international, bei dem wirklich alle Berufsgruppen des Filmgeschäfts zusammenkommen. Und dann ist es halt typisch münchnerisch, schon auch recht viel Party. Das Münchner Filmfest, was mir daran gefällt, ich finde, das ist das schönste Filmfest in Deutschland. Erstmal ist es in unserer schönen Stadt, in der bayerischen Hauptstadt. Und es ist ein kleines Festival, man kann also überall hinlaufen. Und man hat ziemlich starken Kontakt einfach zwischen Publikum und den Künstlern. Das finde ich sehr spannend. Berlin ist so riesengroß, es sind wahnsinnige Wege. Und ich finde es auch ganz gut, dass Fernsehproduktionen stark vertreten sind, dass man Möglichkeit hat, die eine oder andere Produktion im Kino zu sehen, die sich sonst vielleicht im Fernsehen versenden würde. Was mir hier besonders gefällt? Was mir der Münchner Festival besonders gefällt? Dass meine Filme hier regelmäßig abgelehnt werden, egal was ich mache. Also auch die anständigen Filme werden hier regelmäßig abgelehnt. Und ich finde, das ist das Schöne am Filmfest in München, das ist ein Publikumsfestival. Das ist ein Festival nicht nur für die Fachwelt, sondern auch für das Publikum. Eine sehr schöne Auswahl an Filmen. Das Wetter ist schöner als zur Berlinale. Und es ist immer eine ganz schöne Stimmung hier in der Luftliebe. Der Filmfest ist, finde ich, von all den großen Filmfesten in Deutschland das Lockerste. Und es ist auch von den örtlichen Gegebenheiten, es ist alles halt innerhalb eines Kreises, den man mit zu Fuß gut erreichen kann. Und was gefällt Ihnen besonders an Münchner Festival? Dass es ein Heimspiel ist und dass alle hier nach München kommen in die Stadt meiner Träume. Und dass es toll ist, wie der Nachwuchs hier gefördert wird. Dass es toll ist, welche Regisseure hier hinkommen, welches kreative Potenzial gefördert wird, und welche spannenden Leute hier sind, und welche Partys und Empfänge es gibt. Gibt es irgendein Erlebnis, was Sie besonders mit dem Filmfest verbindet? Damals, unvergesslich, meine erste Premiere hier mit dem Film von Dominic Graf. Das war Dr. Knock. Das werde ich nie vergessen. Danke schön. Volle Filme. Ja. Das war Dr. Knock.